Hallo liebe Abonnenten, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen, ich labere in mein Mikrofon über ein Thema, was euch hoffentlich interessiert. Gut, im Hintergrund seht ihr schon, es gibt kein Gameplay, sondern nur ein simples kleines Bild. Also wenn du nebenbei ein bisschen surfen möchtest, E-Mails checken oder vielleicht bei irgendeinem Online-Händler deiner Wahl die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen möchtest, dann tu das ruhig, weil ich brauche eigentlich nur das linke oder das rechte Ohr oder vielleicht auch alle beide, je nachdem wie viel du mir opfern möchtest, sage ich mal. Gut, heute geht es rein um das Thema Livestreamen. Wer letzte Woche Freitag schon bei dem letzten GDCC-Renn dabei war, da war die Premiere, nenne ich es einfach mal. Dank Elgato ist es nämlich jetzt möglich, die haben das direkt über die Capture Card möglich gemacht, dass ich nicht nur aufnehmen kann, sondern gleichzeitig halt auch einen Livestream machen kann. Gut, wie läuft das Ganze ab? In welcher Qualität gibt es das? Und wie weißt du überhaupt Bescheid, wenn ein Livestream online ist oder nicht? Gut, zum einen ist die einfachste Möglichkeit, ja, per Facebook, da gebe ich es immer bekannt, ja, Livestream online, auch mit den Themen, die ich da behandeln werde. Aber wenn du zum Beispiel Facebook überhaupt nicht magst, weil du sagst, oh, alles Spionage, alles Gangster, da musst du auch nicht machen, du kannst einfach auf meine Kanalseite klicken, da findest du oben, ja, diesen, diesen Banner, den Tom Thompson-Banner. Danach, ähm, rechts daneben mein Netzwerkpartner-Logo, SFIN Network und darüber siehst du schon ein On-Air-Bild. Gut, wenn die Lampe leuchtet, dann ist der Livestream online, ist die Lampe aus, dann ist der Livestream offline. Relativ einfach. Wenn du auf das Bildchen draufklickst, wirst du auch direkt zu dem, ähm, Livestream-Kanal, ja, weitergeleitet. Das Ganze wird auf Twitch gestreamt, also nicht ohne 3D oder so ein Kram, das Ding, also Elgato, die haben sich mit Twitch zusammengetan und auf Twitch.tv kannst du das Ganze dann ansehen. Gut, als Qualität kann ich leider nur 480p anbieten, das Ganze aber mit einer relativ guten Quali. Also, ich hab beim GDCC-Video, da sah das alles noch ein bisschen verpixelt aus, da haben wir noch ein bisschen experimentiert und leider kann ich halt nicht mehr anbieten, weil mein Upload nur 2 Mbit beträgt. Mehr geht halt leider nicht. Und wenn ich HD oder sowas streamen möchte, da bräuchte ich mindestens 3 Mbit, besser wären sogar 4 oder 5. Und, aber ich denk mal, wenn du das Bild klein lässt, dann reicht das vollkommen aus. Rechts von dem Bild findest du einen Live-Chat. Da kannst du dich einfach einklinken, ohne dich großartig irgendwie erst anzumelden. Doch, ich glaub, bei Twitch musst du dich kurz registrieren, aber die wollen auch nicht allzu viel wissen, also keine große Gefahr. Und, ja, wenn du Fragen hast, dann kannst du da jederzeit dich da anmelden und einfach so bitte was reinschreiben. Auch könnt ihr da miteinander bitte kommunizieren. Ich werde bei dem Live-Stream, wo ich jetzt auch gleich näher drauf eingehe, oder ich fang damit gleich an, damit wir hier irgendwie die Kurve bekommen. Und zwar dachte ich mir, wie können wir den Live-Stream würdig einweihen und wie können wir das Ganze auch mit der aktuellen Jahreszeit ein bisschen verbinden. Ich bekomme mir am Tag, denk ich mal, so 5, 6, 7 Anfragen, ja, Tom, kann ich mit dir mal Black Ops zocken? Oder kann ich mit dir mal Battlefield zocken? Oder hättest du mal Bock, mit mir eine Runde Forsa zu daddeln? Und, ja, klar, ich möchte meinen Abonnenten halt nicht nur irgendwie Videos geben, sondern halt auch mal die Möglichkeit, mit mir gemeinsam ein bisschen was zu zocken. Gut, wie ist das am einfachsten möglich? Ja, eigentlich relativ simpel. Und zwar mache ich am 20. Dezember, das ist, kommt ein Donnerstag. Mache ich einen Live-Stream von 15 bis 20 Uhr. Das sind, lass mich rechnen, 5 Stunden insgesamt. Und bei dem Live-Stream werde ich Battlefield 3 zocken, wir werden Black Ops 2 gemeinsam zocken, vielleicht auch den Zombie-Modus, mal gucken, wie viele Leute da online kommen. Und auch Forza Horizon. Gut, was ist der Unterschied zu sonst? Ganz einfach, das Ganze wird natürlich live übertragen, da wird der Live-Stream offiziell, nenne ich es einfach mal, eingeweiht. Und wenn du Bock hast, mitzuzocken. Ich werde das Ganze Open Lobby zocken. Das heißt, ich mache ein Spiel auf, zum Beispiel, ich mache in Black Ops eine Lobby auf, mache das Ding komplett auf. Und derjenige, der mit mir zocken will, der joint einfach nach. Gut, nicht alle sind auf meiner Freundesliste. Das heißt, nicht alle können einfach über meinen Namen in das Spiel reingehen. Ich werde das dann aber auch in der Lobby bekannt geben, dass wir halt zum Beispiel, weiß ich, eine Runde mal zocken, nur mit Abonnenten. Dann machen wir mal eine, ähm, nicht mit Abonnenten, mit Leuten, die auf meiner Freundesliste sind. Dann vielleicht eine Runde mit Leuten, die nicht auf meiner Freundesliste sind. Die müssten mir dann halt einmal eine Nachricht schicken mit INV oder sowas in der Richtung. Und dann könnte ich dann direkt über deinen Namen dich einladen. Das ist also grundsätzlich möglich. Gut, was ist der, was macht den Livestream so bitte besonders? Ich bekomme ja relativ viele Fragen. Also gerade, wenn ich ab und zu mal in eine Party reingehe, wenn ich doch mal eine Minute Zeit finde, dann, ja, werde ich mit Fragen bombardiert. Was ja auch in Ordnung ist, da habe ich überhaupt nichts dagegen, weil Fragen kostet nichts, ne. Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt das ja so schön. Und es gibt keine dummen Fragen. Also einfach fragen, was dich beschäftigt oder was dich interessiert. Vielleicht auch zu meiner Person oder halt zu meiner Hardware oder sonst was. Alles, was dich interessiert, das kannst du halt auch in dem Livestream, in den Chat niederschreiben. Und ich probiere halt immer so, ja, Schiele-Peter-mäßig, ein Auge auf den Live-Chat zu haben oder zwischen den Runden da mal kurz und bitte was nachzulesen. Und ich werde auf jeden Fall mein Mikro da mit anschließen. Was den großen Vorteil hat, dass wir, ja, wie sage ich es am besten, ja, dass ich halt direkt im Spiel halt auch sagen kann, ja, du und du, pass auf, die Antwort deiner Frage lautet 74 zum Beispiel, irgendwas. Also da fällt mir jetzt gerade nichts ein dazu. Aber ich glaube, du weißt genau, was ich damit meine. Also schreibt einfach rein, was ihr wissen wollt. Und ich tue mein Bestes, dass ich direkt im Livestream nicht nur mit euch gemeinsam zocke, sondern halt auch, ähm, eure Fragen beantworte. Gut, eine Party werde ich bei dem Livestream nicht aufmachen. Aus dem einfachen Grund, ich denke mal, wenn da sieben Leute drin sind, dann ist A, die Party dicht. Und ich glaube nicht, dass, ähm, bei der Zeit dann irgendwann jemand, ähm, ich nenne es einfach mal freiwillig rausgehen würde. Und demzufolge mache ich keine Party, sondern wenn halt gelabert wird, dann vielleicht über den Ingame-Chat. Aber, ähm, dadurch, dass ich halt das Mikrofon vor mir habe, würde das Ganze auch ein bisschen anstrengend werden, weil ich werde halt mit Headset zocken, damit ich keine Rückkopplung und sowas habe. Und da ist es einfach nicht möglich, dass ich da, weil ich habe kein Gaming-Headset, ich spiele ganz normal mit einem Stereo-Headset. Und da ist es halt nicht möglich, dass ich halt, ähm, im Spiel mit euch rede, sondern das müsste man halt dann irgendwie so machen. Ist halt einfach mal ein Versuch. Ich dachte mir, ähm, ja, pünktlich zur Weihnachtszeit gebe ich euch mal bitte was zurück. Ich meine, ich kann halt nicht, ähm, aufgrund meiner Größe aktuell euch jetzt nicht mit, was ich, Spielen belohnen oder sonst was. Aber ich mache mir da auf jeden Fall Gedanken. Und ich denke mal, das, was mich von anderen Kanälen auch ein bisschen abhebt, ist einfach dieses Persönliche. Unsere kleine Familie hier, die, ähm, ja, wächst und gedeiht. Und da sind richtig lustige Leute dabei. Und ich denke mal, ähm, ja, was Materielles kann man sich immer kaufen, kann man sich immer wünschen, kann man sich, weiß ich, wenn man ein bisschen spart, sich dann von seinem Taschengeld holen oder von seinem Gehalt oder was auch immer. Aber so halt das Miteinander, das, ähm, ja, gibt es eigentlich auf großen Kanälen überhaupt nicht. Also das habe ich auch in letzter Zeit erlebt. Wenn du halt Nachrichten schreibst, bekommst du keine Antwort. Warum auch? Man ist ja nur ein Abonnent, ne. Aber soweit wird es bei mir nicht kommen, sondern, ja, nach wie vor meine Abonnenten, ne, die sind mir wichtig. Demzufolge dachte ich mir, gibst du halt mal sowas auf diese Art zurück. Gerade weil auch schon die ein oder andere Anfrage in die Richtung gekommen ist. Also Tom, wie schaut's aus? Ähm, planst du den Livestream? Kann man mit dir gemeinsam zocken? Und ich dachte mir mal, ja, so können wir das Ganze, ähm, gemeinsam verbinden. Also nochmal kurz zusammengefasst. Du kannst auf meinem Kanal, kannst du sehen, On Air ist die Lampe an, ist der Livestream da, klickst du drauf, bist du schon auf dem Livestream drauf. Ähm, ist die Lampe aus, ist der Livestream offline. Nein, gleichzeitig werde ich das aber auch auf Facebook bekannt geben, sobald ich den Livestream online schalte. Und, ähm, ja, zu guter Letzt, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Zu guter Letzt, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, genau, Donnerstag, 20.12. ab 15 Uhr. Für 5 Stunden lang gehöre ich einfach mal euch, gebe ich mich in eure Hände. Und da werden wir mal sehen, wenn das Ganze ordentlich läuft, dann kann ich mir ja gut vorstellen, das öfters mal zu machen, dass wir halt einmal im Monat so eine kleine Session machen. Ich muss auch mal schauen, ich meine, wenn da viele Nachrichten kommen, also viele Fragen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Antwort, äh, keine Ahnung, wie viele Leute auf mich zukommen. Ich meine, beim GDCC-Video waren es, glaube ich, 12 Mann, die relativ schnell den Weg zu meinem Livestream gefunden haben. Dafür, dass ich das Ganze so spontan angekündigt habe, war ich davon schon sehr überrascht. Aber dadurch, ja, ich kündige es jetzt ein bisschen größer an, einfach damit ihr halt auch vielleicht die Möglichkeit habt, das Ganze ein bisschen zu planen. Dass ihr vielleicht sagt, ja, Mensch, du, da habe ich Bock drauf oder da habe ich keinen Bock drauf. Aber ihr müsst nicht jetzt in den Kommentaren schreiben, ich komme oder ich komme nicht oder ich schaue vorbei. Ich meine, das werde ich dann sehen. Wir werden mal einfach mal gucken, wie das Ganze läuft. Wenn das Ganze gut läuft, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir das Ganze noch ein bisschen professioneller angehen. Und dass ich vielleicht halt dann auch irgendwie jemanden neben mir sitzen habe, der mir die Fragen einfach noch mal vorliest, dass ich dann mich einfach aufs Zocken konzentrieren kann und vielleicht auch noch jemanden im Chat habe, der da ein bisschen aufpasst. Also, ich appelliere da einfach mal an eure Vernunft und an eure Nettigkeit. Ich meine, bisher gab es ja keine Probleme. Ich weiß ja, ihr seid alles keine Chaoten, sondern ihr seid alles nette Mädels und Jungs, die sich am Riemen reißen können. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr Livestream-Bilder-Anklang findet, dass ihr da ein bisschen Freude mit habt. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann am Donnerstag. Ab um drei, der Tom ist online. Und da können wir mal gemeinsam bitte daddeln. Also, wie gesagt, Black Ops 2, Battlefield 3 und Forza Horizon. Da können ja, glaube ich, nur acht Leute miteinander daddeln. Kriegen wir schon hin. Bei Battlefield, da haben wir ja 16 gegen 16. Ne, 12 gegen 12 sind 24 Leute. Also, da kriegen wir schon ein paar runter. Kriegen wir schon hin. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Livestream wird eingeweiht am Donnerstag. Und ja, ich freue mich auf rege Beteiligung. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom Thompson.